Das griechische Drama hinsichtlich mutmaßlicher Korruption erlebt einen weiteren Akt. Denn wegen des Verdachts der Bestechlichkeit verliert die griechische Politikerin Eva Kaili ihren Posten als Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag mit nur einer Gegenstimme des fraktionslosen Abgeordneten Mislav Kolakusitsch und zwei Enthaltungen in Straßburg für die Absetzung der 44-Jährigen, die seit Sonntag in Belgien in U-Haft sitzt. Kaili selbst ließ über ihren Anwalt am Dienstag ihre Unschuld beteuern. Ihre Position ist, dass sie niemals bestochen wurde. Sie ist unschuldig. Katar hatte überhaupt keinen Grund, sie zu bestechen, denn sie konnte Katar nichts bieten. Zu Details dürfe sich der Rechtsvertreter nicht äußern. Auch habe er kein Bild davon, ob Gelder gefunden worden seien und wenn ja, welche Summen. Der Anwalt wies jedoch Medienberichte zurück, wonach unter der Kinderwiege der kleinen Tochter von Kaili 160.000 Euro gefunden worden seien. Bereits am Wochenende wurden der ehemaligen TV-Moderatorin, die eine von 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Parlaments ist, alle Befugnisse in diesem Amt entzogen. Aus ihrer griechischen Pasok-Partei und der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament wurde sie ebenfalls ausgeschlossen. Die griechische Sozialdemokratin Kaili ist eine von sechs Verdächtigen, die von den belgischen Behörden seit Freitag in dem Korruptionskanal festgenommen worden sind. Viele von ihnen kamen am Sonntag in U-Haft, darunter Kaili selbst, ihr Freund und auch der ehemalige Europaabgeordnete Antonio Panzeri. Heute soll darüber entschieden werden, ob ihre Haft aufrechterhalten wird. Die vier werden der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt. Im Raum steht, dass das Golf-Emirat Katar, das derzeit die Fußball-WM ausrichtet, mit umfangreichen Geld- und Sachgeschenken versucht hat, Einfluss auf politische Entscheidungen im EU-Parlament zu nehmen. Die griechische Tragödie geht weiter und erlebt wohl den ein oder anderen Strafakt.